Hallo, am 24. November wurde in Gießen die Ärztin Christina Hähnel wegen Verstoß gegen § 219a Strafgesetzbuch zu 6.000 Euro Strafe verurteilt. Ich empfehle Frau Hähnel das Strafgesetzbuch anzugreifen. Es ist nämlich nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Das Strafgesetzbuch ist ein Recht aus dem Jahr 1871 und nur dann anwendbar, wenn seine Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz festgestellt worden ist. Da diese Feststellung bis dato fehlt, ist das Strafgesetzbuch ein nicht gültiges und damit unanwendbares Recht. Mehr Info über den Link.